Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kev Story mit Blubblas und das Schwert und alles klasse. Okay, fangen wir mal weiter. Wir haben noch einiges zu tun im Labyrinth W. Ja, W. Oh, wow, wow. War es schon irgendwie immer so heftig hier gerade? Oder bin ich es immer gewöhnt? Komm her, komm, du Penafie. Hallo, kriege ich auch irgendwann noch goldene Dingens-Erfahrung vielleicht? Anscheinend nicht. Das ist jetzt leicht blöd. So, ich will hier so hoch. Hey, du Arsch, ich hab doch geschossen. Ha, jetzt krieg ich natürlich, wo ich wieder runterspringen muss. Na toll. Äh, naja. Okay, ganz neue, tolle, frische Gebiete. Was seh ich denn da oben? Hm. Hm. Da komm ich nicht hoch. Vielleicht kann ich hier so irgendwas... Äh, nee, so kann ich auch nicht springen. Ähm, ja. Blöd. Tut mir leid, aber... Hey, zeug, 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 zeug. Äh, nö. Nö. Ich glaub, da geh ich jetzt mal nicht ran. Och, scheiße. Ich muss da rechts lang springen. Oh, Gott. Oh, Dreck. Oh, Dreck. Oh. Au. Au, Schmerz. Okay, es sind wenigstens keine. Du bist sofort totstacheln. Das ist ganz nett. Deswegen haben wir einen zweiten Versuch. Die will ich aber nicht unbedingt berühren, die hier. Hier, 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 hier. Äh, ist nix. Hier ist nix. Okay. Nein, geh weg. Na. Ich find das ziemlich uncool, wenn mir laufen die Decke auf den Kopf fallen will. Das ist der Vorteil an der tollen Snake-Waffe hier, hm? Einfach durch die Wände ballern. Das ist ganz cool. Das find ich wirklich ganz cool. Geh wieder Level 3. So, und jetzt Schwert hoch. Tja. Uah. Okay, 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 okay. Leben. Leben ist gut. Ballern jetzt so viel. Was zum Teufel ist das für ein Ding? Ich will's, glaub ich, vielleicht gar nicht wissen. Es ist vielleicht besser, wenn ich's nicht erfahre. Hab ich so's Gefühl. Wir wollen dann auch nicht näher nachbauen. Ich brauch irgendwie, ja, Raketenwerfer, brauch Erfahrung. Ganz viele Waffen brauchen irgendwie Erfahrung. Ist ja blöd. So. Auffangen. Ähm. Boss? Wo? Äh. Wah! Wah! Ah! Ach du Dreck! Ähm. Hi, wohin schieß ich? Äh, ich hab keine Ahnung. Ist da auch was verwundbar vielleicht? Ah. Okay. Ja, ist es. Ah. Der schießt aber etwas zu schnell für mich. Okay. Es hat geklappt. Lalalala. Wieder neue Waffenerfahrung. Uah. Lebensenergie. Hier, komm. Krieg's mal. Schön Raketen. Dafür haben wir sie doch. Na toll. Level down. Nun nochmal level down. Oh Gott, oh Gott. Das Ding ist hier. Ähm. Nicht ganz leicht. Hier. Kings Schwert. Kings Schwert richtet das. Was? Ich hab dem ja noch nichts abgezogen. Was ist jetzt los? Äh. Nö. Irgendwie immer noch nicht. Das mag ich jetzt gerade wenig. Was mache ich denn mit dir? Au! Okay. Einfach drauf stehen bleiben ist auch ein schlechter Plan, glaube ich. Hallo? Puh, 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 Puh. Uah. Aua. Aua. Ja toll, jetzt ist es offen. Dup, 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 dup. Ah. Ich kann von den kleinen Kristallen da kaputt schießen. Warum bist du hier im Weg? Das soll doch auch nicht sein, oder? Level up! Cool! Es ist wieder Level 3 geworden. Das finde ich jetzt gut. Okay, so. Mach auf, ja. Ach, jetzt nimmt er Schaden. Endlich. Und Ende. Oh, oh, da fliegen Teile rum. Oh, oh, oh! Da fliegen ziemlich viele Teile rum. Ja. Nein, nicht hier zerquetscht werden. Zerquetscht werden ist blöd. Okay, King. Bom, 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 bom. 140, 160, 200. Geil. Das finde ich cool. Zu viel los, zu viel los, zu viel los. Ja, das gibt es noch, aber... Das ist trotzdem ziemlich viel los. Und... Bombs! Eine Katze? Und... Entschuldigung, Mietze. Ups. Ich raff nix. Ich geh einfach mal hier lang. Ähä? Hm. Hä? Oh. Plopp. Hm. Ich glaub, da ist jemand gefallen. Ich glaub, da ist jemand ziemlich tief gefallen. Ich glaub, ich geh nicht zunehmen. Nö. Egal. Ich akzeptier das langsam einfach, dass hier... Nein, 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 nein. Nein, nein. Hi, ich kenn dich. Es ist mir klar, aber... Nö. Nö. Ich will wieder hoch. Ähm. Iiih, bitte will. Bitte, bitte nicht automatisch ansprechen. Ha! Okay, es geht. Scheiße, ich glaub, ich komm da nicht mehr hoch. Ähm. Schmutz. Gut, ähm, ich muss es sagen, wenn ich den jetzt anspreche, dann kann ich das gute Ende im Spiel nicht mehr erreichen. Ja, ohne Scheiß. Die Energieversorgung scheint kaputt zu sein. Ein Ingenieur mit einigen Fähigkeiten könnte das vielleicht reparieren. Tja, äh, ist jetzt grad akut scheiße, weil ich bin jetzt hier unten und ich komm jetzt hier nicht mehr raus und wenn ich mit dem rede, ist das gute Ende weg. Also, ja, blöd, aber ich mach Escape und dann mach ich F2. Blöd. Aber hat Vorteile. Ach stimmt, ich war ja direkt hier Ich dachte gerade, ich muss den Boss wieder machen Ich hab vergessen, dass ich hier gespeichert hab Das ist ein roter Punkt Okay Äh, nö Wie mach ich denn den Sprung? Wie geht denn das? Ja, darüber kann ich ja anscheinend nicht Das ist ne scheiße knappe Geschichte Da drüben, komm mit mehr Anlauf Und ganz knapp abspringen Und dann bleib ich trotzdem hier hängen Nö, ähm, das soll gehen Normal Schmutz Wie denn? Schmutz, schmutz Schmutz, schmutz, schmutz Was mach ich denn jetzt? Geh wieder raus? Nein, Labyrinth weh Labyrinth weh Ich will immer noch wissen, was der rote Punkt da ist Aber Ist wohl nix Yay Tja, nun Tup, tup, tup Wie mach ich denn das? Von da unten vielleicht? Jupp, nö Sag mal, bin ich jetzt zu blöd geworden? Ich glaub, ich bin zu blöd geworden Scheiße Was zum? Wie mach ich das? Schlecht Es geht nicht Es geht nicht Und das ist auch kaputt Und alles geht nicht Alles ist kaputt Alles ist kaputt Ich finde es blöd Tja Ähm Ich versuch's nochmal Und Wenn's dann Ne, 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 ne Ne, 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 ne Spring doch auch, wenn ich springen drücke So Dann Jupp Ach man Es sieht so aus, als wär's so ganz knapp Komm Funktionier Ansonsten schau ich jetzt grad, wie das gehen soll Das ist Ich will nicht nur das schlechte Ende euch präsentieren können Ne, tut mir jetzt leid Ich schau da mal nach Okay Ich hätt's dann raus Also Ich mach's prinzipiell richtig Nur Es ist halt so Man muss genau richtig drücken Damit man Nicht oben an der Kante hängen bleibt Aber auch nicht zu kurz springt Damit man halt Bis rüber kommt Es geht, es geht, es geht Wenn man Genau Fast Wenn man's richtig macht, dann geht's Man muss es halt nur richtig machen Im Gegensatz zu mir Ich mach's immer falsch Ich versuch's noch ein paar Mal Dann mach ich's offscreen Es wird langweilig, ich weiß Die Felsbrockenkammer The Boulder Chamber Und das Der Kali Kali Aha Ich hab mich schon gefragt Wann du wohl auftauchst Wenn wir nur diesen großen Felsen aus dem Weg kriegen können Dann können wir es zum Ausgang schaffen Gerüchten zufolge Gibt's aber ein Monsternest direkt dahinter Also Bist du besser wohl bereit für sowas in die Richtung Also Na komm, schaffen wir das Ding mal aus dem Weg Du greifst diese Seite an Okay Bereit? Drück Schlecht Hm Hm Hat sich kein bisschen bewegt Ich glaub nicht, dass wir beide stark genug sind Haza Du Hohoho Ihr lebt ja noch, wie ich sehe Ja, nicht nur das Sondern ihr versucht doch wirklich noch aus dem Labyrinth rauszukommen Solltet ihr nicht einfach hier ruhig bleiben Wie gute kleine Roboter Ihr könnt doch nicht mehr gegen meinen Meister ausrichten als ich Weißt du, wisst ihr Alles klar Ich werde der ganzen Sache jetzt ein Ende bereiten Ich hoffe, das macht euch nichts aus, dass ihr Eisenschrott werdet Du bist genau der, den wir gesucht haben Greif mal in der Mitte an, ne Okay Bereit? Eins Zwei Hält ihr mir überhaupt zu? Uah Hallo Au, 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 au Er isst mich Uah Isst mich nicht Balrog Wo hast du einen Raketenwerfer hier? Äh Au Äh Schmerz Ich bin gleich dann mal tot Wenn jemand was dagegen hat Hat jemand was dagegen, wenn ich mal kurz ne Runde tot bin? Uah Oh mein Gott Oh mein Gott Uah 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 Uah